Oh mein Gott, ist das dein Ernst, Al? Ja. Was ist denn? Fertiglissem! Das hier ist ja wie Disneyland für Erwachsene. Ihr könnt euch ja schon mal ein paar Dricks holen. Dein Name ist DJ Dreamcatcher. Hast du nicht Angst, dass man dich hier rauswirft? Ich trage ja nicht immer eine Maske. Ich mache euch ein Angebot. Wenn ihr die Leiche wegschafft, geht ihr hier mit einem großen, fetten Entschädigungs-Schecker. Wir machen die alle fertig. Aber wir können da auch nicht mit Waffengewalt reingehen, wie in einem verdammten Tarantino-Film. Wir sind besser als das. Gott, ist du stark. Ich will aber nicht stark sein. Ich will wütend sein. Los, los, los! Los, los! Los, los! Los, los! Los, los! 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 Das war's für heute.